Das war da hoch. Da war Eisen. Äh, ja doch. Da ist Eisen. Da war. Warte, ich bin mal hier. Genau so, wenn einer fragt, wie war dein Name? Ich sag, dann sag ich mal, ich leb noch. Wie ist dein Name? Ach, schrecklich. So, die Grammar hat sie so einen Wett-at-at-work. Hat sie es jetzt tot? Muss man also sagen, ey, wie war der Name nochmal? Alter, ich bin nicht tot, ja. Was war denn das jetzt? Seid ihr da? Was in euch ein Boulders? Geil, ey. Ja. Ein Boulders ist immer alles eine Minenarbeit oder so, oder? Ein Boulderdash gibt's doch. Ja? Sehr geiles Spiel. Ich komm wieder runter. Ja? Alter, wie viel neben dem hast du da los, soll ich bleiben? Äh, äh, F.T.W. Äh, kannst du vielleicht, wenn du schon kannst, mir eine Eisenspiel, äh, Silberspitzacke mitbringen? Also wenn's geht. Ich versuche es, ja. Könnt ihr mir mal ein besseres Schwert machen? Ja, bitte. Bitte. Wenn's geht, ja. Wenn. Wenn's geht. Warte mal kurz. Dauda. Und ich hab hier grad echt ein paar, überleben, 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 amann. Hm, deutsche Sprache, schwere Sprache. Dauda ist ein Stein, der von oben runter fällt, du hast anscheinend eine Fall aktiviert, du Schlauchauf. Aber ich habe doch von oben drauf gehauen auf das Ding. Ja, aber das Ding ist ja wahrscheinlich von oben runtergefallen. Auf dich drauf. Aber ich war doch über dem Gestern. Ich verstehe das nicht. Das ist eine gute Frage. Nächste, bitte. Wie wird das Wetter morgen? Ich hoffe, es schneit wieder. Es hat bei uns gestern geschneit, ey. Wo ist das sonst noch ein Schneid? Entschuldigung. Darf ich jetzt euch Komplett verwirren? Jetzt kommt die Lektion Rocktalks Mundartkurs. Was heißt glatt auf oberösterreichisch? Auf o... was? Auf oberösterreichisch. Was heißt glatt? Also wenn es eisglatt draußen ist. Was heißt das? Soll ich es sagen? Ihr werdet euch jetzt so ablachen. Es ist hö. Ach, das war hö. Hö? Hö. Es ist hö. 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 Es ist sauhö. Heid ist wieder ganz schön hö draußen. Ohne Scheiß. Das ist wirklich so. Hö. Glatt? Heid ist glatt? Das heißt glatt, ja. Boah, ich bin ausgerutscht. Mann, ist das wieder... Ja, glaubst du Kassah heißen. Ja, das heißt Kassah heißen, aber... Hö ist auch bekannt. Und wisst ihr, was jetzt... Jetzt kann ich euch noch etwas verwirren. Was ist eine Müllerschaffe? Müllerschaffe? Schwindheit. Müllerschaffe. Das ist eine Milchkanne. So. Äh, was gibt es noch? Ah, ja genau. Voxi! Der Standard-Schmäh für alle Deutschen. Ach, Kasselschworf. Sagst du es mal. Genau, sagst du es jetzt mal. Ach, Kasselschworf. Stimmst du damit? Stimmst du österreichische Wörter und wie müssen sie sagen? Genau. Ach, Kasselschworf. Ach, Kasselschwolf. Ach, Kasselschworf. Lieber Schworf, Kasselschwöl. Ich kann es so nicht aus... Oh, Hatzelschworf. Keine Ahnung. Hatzelschw... Ich höre dich hier oben nicht, weil die alle so laut sind. Okay, ich komme. Habt ihr jetzt ein Schwert für mich? Ja, ich habe ein Schwert für dich. Dringend! Wo bist denn du? Also da. Unten. Ja, Hatzel, du bist mein Held. Ich kriege auch ein besseres Schwert. Nö. Und ich habe nicht deinen, äh... Kassels, ich komme zu dir. Ich habe jede Menge Fackeln dabei. Nein, ich habe selber Fackeln. Komm, jetzt lachen wir so ein Bad Boys, Kommando. Bad Boys, Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do, when we come for you? Ah! Ah! Aber du hast hier auch so gemacht, ne? Okay, ist geil, wir mag es nicht, wenn wir singen. Nein, der hat auch noch einen Schleif. Ich mache mir jetzt zwei Skelette in der Backe. Ah, 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 ah! Nice! So, ich mache mir jetzt nicht und jetzt habe ich gekämpft. So, Bitch, hast du mich jetzt sterb auf der Blicke gehabt. Bitch, bin ich. Bist, fight! Ich habe Gold gefunden. Nice! Ich brauche jetzt mal Stein. Habe ich noch Stein? Ich habe genug Stein. Ja! Ey, Skawai, hast du die Worte zu faul? Fackeln zu setzen, kann das sein? Ja. Ich verschwenden nicht gern. Ist ja nicht verschwendet. Ja, müsst ihr eh so oft runterrennen, da ist es wirklich nicht mehr verschwendet. Wir können schon Straßenlaternen aufstellen, Ampelregelung wäre, dann kommt der eh dauernd vorbei. Ahaha! War Glück, der war nicht lustig. Doch, der war lustig. Verkehrsregelung. Genau. Schülerlotsen! Wisst ihr, wie man in München sagt, wenn er einen Puff zumacht? Ey, eine verkehrsberuflöchte Zone. Ahaha! Wir machen heute einen Tiefflug. Ja. Hatzel, ey. Ich habe ein Kristall. Herz. Schwerz? Was ist denn ein Schwerz? Wir schauen zwischen Herz und Schwert. A, I, A, Ma, Ma, Boat, ich kann mich ja mal buchstabieren. Ah, okay. Die Schuss, Guyway, holt ihr einen Kaffee. Ach, okay. Echt, Mann. Ja, hier unten sind zwei Skilette. Wir haben einen Innenhof, juhu. Ey, wie seid ihr denn da jetzt hingekommen? So, das Bonnpunkt ist jetzt auch geschützt, heißt, wir können alle in der Nacht wieder spawnen. Wer Zombies unlockt, wird getötet. Ich habe noch ein Kristallherz. Guyway, Herzl, warte noch mal, ich boll mich runter. Nicht der Hund erbunt. Nicht der Hund erbunt. Nicht Buddel, nicht Buddel, nicht Buddel, nicht Buddel. Nicht Buddel, Buddel. Buddel, du bist ja, Warte, Warte, Warte. Buddel, Buddel. Komm, ist geil, wir warten noch auf ihn. Jetzt hörst du gleich wieder schreien. Oh, scheiße. Ja. Ich sehe dich. Eins. War so klar. Also, das eine ist fast down. Ich helfe euch. Oh. Bam, bam. Das sind voll die Minenarbeiter. Wir leben sogar unter der Erde. Wir machen alles unter der Erde. Sogar Kinder. Hey Chewbacca. Warum nicht Eisen? Was ist denn das? Ich habe Dynamite. Ich habe Dynamite. Ui, das fünkelt aber schön. Wie heißt diese Kerze? Dynamite. Das war die Rotkepfir-Verschwörung, oder? Ja. Ich weiß nicht mehr. Das war die Rotkepfir- Geiler Film. Lachen müssen ohne... Wir haben eine Robbenstatue und Dynamite gefunden. Was macht Mo und Schiff noch zählt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Cooler Film. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, es ist tot. An alle Zuschauer. Was, ähm... Ne, was erwartet, ja. Was erwartet. Ja, aber... Aus was für einem Film kommt dieser Spruch? Es ist... Es blutet, also können wir es töten. Nichts sagen, Ian. Äh... Äh... Nur die Erz in die Kommentare. Ja, vielleicht sind's auch trainieren. Was ist die Rotkepfir- Genau, mach mal große Kommentare. Ach, ich klebe den Geruch von Nabf, Alter, morgen. Ja, nee. Was ist die Rotkepfir- Du bist dein Vater. Was? Äh? Was ist braun... Warte mal, jetzt hab ich die... Was ist braun und spält durchs Schlafzimmerfenster? Keine Ahnung, deine Mutter? Ein Spannen-Zapfen. Ha, ha, ha... Ha, ha, ha... Das Lachgetriebe lacht schon wieder. Was ist, wenn ein Spanner tot ist? Das ist genau wie... Was ist das genau wie... Hallo. Das macht ein Spanner in der Wadewanne. Entspannen. Rollt'ne Kugel um die Ecke und fällt um. So. Äh, ich kenn auch noch'n geiles Schmier. Ähm... Liegt der Camper tot im Keller, war er rascher, wieder schneller. Liegt der rascher gleich daneben, hat's den Zweiten noch gegeben. Wir haben ja nen Chuchuchuchuch. Der ist immer ein Würbchen des Todes. Was ist bunt und läuft über den Tisch davon? Ich verhole mich, deine Mutter. Alter. Ein Fluchtsalat. Alter. Schlechte Witze, die Zweite. Nee, der Dritte heute schon. Der Rock stirbt gleich wieder. Das ist gut. Wie nennt man einen Italiener mit einem Fladenbrot? Komm schon. Ein Flade-Iener? Und was? Römer Kebab. So, Mann. Komm, der ist gut. Und der Kugel war heiß ich Seth. Und nein, ich heiße nicht Seth. Wo ist der Austinator so wem braucht? Der könnte die komplette Verwirrung schafften. Ey, FSK 12, der bekommt das Mädchen. FSK 16, der brutal bekommt das Mädchen. FSK 18, jeder bekommt das Mädchen. Ja. Eher Peggy 18. FSK 18, nichts zu sehen. Wurde aus dem Jugendschutz rausgeschnitten. Genau. Ich leuchte euch mal, ja. Blöde. Oh oh. Ach du Scheiße. Warte. Was denn? Ich glaube, ich gehe mal kurz sterben. Auch eine geile Aussage. Ich gehe wirklich kurz sterben. Warte mal, ich bin mal weit schlusschliesschlauch. Ich will nicht erst oben gehen, das dauert so lange. So, ich bin mal kurz AFK. Ich bin kurz FSK. Er ist kurz FKK. Ja, ich bin mal kurz. Ey, wofür Sand brauchen wir? Ein bisschen was, aber... Ach, die Scheiße, weg hier. Hat sie, das schaffen wir nicht. Das sind zwei schwarze Schleife. Ja, und? Ähm, ja. Ich habe da jetzt voll viel Sand und schon voll viel Glas gemacht. Nein, du musst da runter rütteln. Nein, nein. Du hast da dann in die Kiste. Glas brauchen wir immer. Ja, ich stirb beim Sand aufgewertet. Das kann passieren. Du Rock, musstest du sterben? Alter! So durch Absandten. Ja, dann zwei. Du Rock, musstest du sterben? Nein, ich mussest du sterben. Es kommen schon wieder Sternschnuppen, ey. Wo einer ist gleich auf dem Spong gelandet. So, und wie kommen wir jetzt da jetzt wieder? Oh oh. Oh oh. Alter. Leute, die werden ja kleiner. Ja. So, ich gehe von hinten an. Ich bin gleich tot. Ja, ich auch. Scheiße, ich wollte gerade einen Halt annehmen. Na. Hab sie da, Gatter. Wir haben es ja erledigt. Ja, ich habe mich geopfert. Was? Oh. Ahahaha. Warte, ich habe eine Idee. Achtung, geh mal her. Ich brauche Licht. Achtung. Auf, das ist, also bei Minecraft. Achtung. Hör. Was ist für ein Haus? Ist das hinten hier oben? Hey, mein Herzl, du bist ja wie ein Genie. Hast du, hast du was für Essen? Hä? Hast du was für Essen? Nee, du? Nee. Oh oh. Ich bin wieder da. Skyway, kannst du mir einen Heiltag mitbringen? Einen Heiltag habe ich auch. Ich habe den Spawnpunkt überbaut, weil alle immer zum Haus rennen mussten, dabei gestorben sind. Dann haben sie immer die Tomestones, wo der Haustür gelagert. Aua. Das war auch wirklich klar. Will irgendwer einen Live-Critus aus verputze ich da rein. Ich sehe nichts. Ja, es war hart cool. Ich will auch mal hin. Warte, eben auch, eben auch. We need fuck her. Ja, jetzt müsste ich hier hinten runter. Auge drehen, Auge drehen! Da haben wir Hatzel hier und uns. Uff! Ich buddle mich nur hier runter. Ja, ja, ja! Es ist viel sicherer, safer, weißt du? Safety first. Safety first. Kommst du mit runter? Und mit dem Zombie. Oh, gleich. Du Buddles, ich leuchte dir. Boah, das ist ja voll krü. Con los Terroristas. Na, 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 na. Con los Terroristas. Untertitelung des ZDF, 2020